Guten Morgen Österreich, heute für Sie in Reichenau an der RAX, Robert-Robbie Faustmann. Herzlich Willkommen. Holeräti, 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 ohioiti, und der Pfarrer aus Grinzing, der hat einen kleinen winzigen, einen kleinen winzigen Hut, oberstehend oder reihe am Gurt. Ich habe schrecklicherweise bemerkt, dass man vor der Kamera im Fernsehen eh machen kann, was man will, solange man hinter der Kamera sich benimmt. Und das ist natürlich sehr schlimm, wenn man auf einer Waldorfschule war. Ich heiße Robert-Leon Faustmann, ich habe jetzt zweimal dasselbe Lied gespielt, das heißt Schatten. Das werde ich gleich nochmal spielen. Wenn es interessiert, schaut auf Google, einfach Faustmann, so heiße ich. An der Stelle möchte ich kurz meine Mama grüßen, die zu Hause sitzt am Fernseher, vor dem Fernseher, nicht am Fernseher, hoffentlich, weil es ist ein Flatscreen. Der würde wahrscheinlich kaputt gehen. Aber, und auch einen Gruß nach Italien möchte ich richten, nach Cuneo, an Romina Petritai. Non essere arrabbiato. Aber es muss doch auch naheliegend sein. Sind wir allein, sind wir immer noch zu zweit. Und so zeigt sich mein verfremdeter Freund. Ja, das bin ich, wenn ich aus meinem Schatten steig. Es ist mein Schatten und mein Schatten holt mich ein. Es ist mein Schatten und mein Schatten bleibt. Es ist mein Schatten und mein Schatten holt mich ein. Es ist mein Schatten und mein Schatten bleibt. Se sono con lei, sono da solo, se sono con lei, sono da solo, siamo insieme, lo siamo insieme. Se sono solo, siamo insieme, mein Schatten holt mich ein. Wenn man eins haben will, 06991 8301634, meine Handynummer, ruft mich an, ich komme zu euch und spiele eigentlich ein Konzert. Das heißt, die laden dich ein oder du kommst auch ohne Einladung? Ja, ich komme auch ohne. So wie bei uns heute. Nein, wir haben dich eingeladen und es war sehr, sehr schön. Ja, danke für die Einladung, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Zu viel Spaß vielleicht, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall freue ich mich auf meine Sommertour und ich freue mich auch, wenn ich dich wieder besuchen kann, Lukas. Sehr gerne, Robert, alles, alles Gute. Danke.